ach so ja die erste also die erste sägen ding also ging komplett leicht bei der also bis in die mitte ging es leicht die zweite kettensäge die an der wand ging auch noch sehr leicht aber die andere obwohl die genauso war wie die andere ging irgendwie so schwer da war ich locker zehn minuten gehangen nee es reicht nicht eine halbe stunde länger wenn dann gibt es ein level bei dem hast du wirklich sehr lang kann ja wenn ich meinen dann hänge ich nun dachte dass ich cheate irgendwie ja mit einer leckbau alter es hat mich gelegt nein wolltest du nicht eigentlich dinge machen flände ja was lebt ja es hat 405 aber es leckt genauso wie im super meatball das hat ja irgendwie auch 100 frames aber leckt und sogar ablos geschafft ich so extrem war das ja gar nicht da war ein paar level vorher etwas schwieriger ok da ist die batallion von super meatball äh da hatte ich sogar noch ein bisschen zeit ok ja das war toll das ist alles teil meines fiesem Planes kann das auch da muss ich sprengen ok ich mag den hüllen entgegen eigentlich diesen komischen ganz vielen toten scheiße schneller was war das denn war das ein lag war das ein fehler von mir hey jetzt bin ich auch schon wieder zu lang das gibt es nicht schlange zu schnell ähm thomas ja ist ähm two worlds two eigentlich ähm im single player anders wie im multi player ja scheiße mal also ist mir schon klar mit den stories oder so aber ich meine im insgesamten ne also ich hab die sieben so hoch gepredigt damit die so scheiße schwer werden bestimmt scheint es euch hier dass wir irgendwie schwerer super super meatball ist ein spiel für die ganze familie ganz anders für die eltern ja genau falls sie noch nicht die dann ausrasten und die kinder verprügeln ach komm jetzt hast du schlecht für das spiel geworben nein ich hab nur damit angedeutet dass das spiel leicht aggressiv macht scheiße man ey das ist doch echt kacke ich gehe mal zum kühlschrank um ihn aufzumachen und dann herauszustellen dass da nichts drin ist das irgendwie gut ist okay obwohl ich ich hole mir glaube ich ein bisschen milch wieso wieder damit anfangen ich trinke halt immer gerne milch naja also ist ich tschüss tschüss wie sag ich tschüss mach ich tschüss aber ich gehe nicht gleich hab ich nicht recht sami ja jetzt aaaaaaah mann das nervt super meatball der super meatball der ja wie fühlt es sich an die Psyche zu zerstören. Wenn ihr es wissen wollt, dann spiele ich dieses Spiel. Ja. Mein Fehler ist bestimmt soo simpel und auch einfach so kaputt, um es zu merken. Ja. Zu kaputt. Nein. Oh, Mann. Toll. Ey, wenn ich das... Wenn ich das Re... äh, Replay. Wenn die das Replay wegdrücken, okay, dann... Ich scheiße. Ey, das wird bestimmt simpel, lustig. Sehr lustig. Ah, Gott. Ach, Gott. Ist das nicht schon schräg genug? Ach, mal. Nein. Ey, sogar noch Ablos. Ich bin wieder da. Ja. Mit Milch. Ach du Scheiße. Und Salzstangen. Nein. Ach du Scheiße. Und auch da waren alle totbesuchte. Nein, 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 ich hab weh, nein. Ey, warte, ne, das tut mir leid. Und was ist mittlerweile so in der Story of the Meatball passiert? Ich hab das leider geschafft, aber hoffentlich. Bitte, bitte. Ja, ich hab's geschafft. Danke. Ich dachte... Ich glaub, ich guck mir jetzt Online Stream Pro 7 an, weil mein Fernseher ja kaputt ist. Warte, den Link hab ich dir doch mal geschickt von der Seite, ne? Keine Ahnung. Ja, den hab ich dir mal geschickt. Das weiß ich noch. Da. Geht mal, ähm, also das ist ne ganz tolle Seite. tvstream.in Das war geil. Das war auch geil. Hm. Das war nicht geil. Scheiße. Auf Pro 7 läuft gerade nur Scheiße. Echt, das läuft ja gar nicht. Keine Ahnung, lief irgend sowas mit einer Katja oder so. Kacke. Äh, cool. Ich hoffe, dass Salzstangen knusper ist. Ja, ist halt nicht. Gebot. So ein bisschen. So ein bisschen. Das war toll. Meist gesagt ist der Wort in diesem LP, Brauhaftigkeit und toll. Ja. Ja, und ja. Toll. Ich find's irgendwie lustig. Ich hör' ich oft nicht, weil die Super Meatball Musik manchmal irgendwie lauter wird als du. Ja, ich weiß. Kacke. Äh. Und kacke. Und kacke. Endlich. Wow. Dieses Loch kann sehr viel Meatball schreißen. Und der Voreilige stirbt. Der Loob auch. Es haben nur zwei bis zu dieser komischen Plattform da geschafft. Und zwar nur 33 Millilie konnten. Ähm. Ja, was ist das? Ah, ok. Aha. Ist jetzt doch bestimmt irgendwie möglich. Das war toll. Das auch. Moment. Idee. Ok, das geht. Ich liebe mich. Schön. Kacke. 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 Das ist doch nicht wahr. Ja. Und ich will sterben. Stirb! Verdammt. Wenn ich sag stirb, dann sterben. Wieso, ich hab sterben gesagt. Deswegen sag ich sterben. Und das läuft grad so. Aha, ok. Mein Kopf tut weh. Könnte aber auch wegen der Meatball sein. Wegen der psychischen Belastung. Und da sterben die Battalionen. Die, ähm, Klingonen. Obwohl ich... Ah, da. Ah. Ah, toll. Ja, das ist ein Label. Wollte ich immer. Demonstrieren. Übrigens so. Da muss ich warten. Man. Und wir schafften. In diesem Let's Play wird nicht allzu viel gesprochen. Weil Supermibor spricht für sich. Es ist einfach nur eine Belastung der Züche. Ja. Ich hör dich wieder kein bisschen, weil die Musik so scheißlaute ist. Ja, was kann ich das? Und mich regt's gerade irgendwie auf, dass ich so wenig rede, aber ich bin grad ein bisschen angepisst. Ich hab's angepisst. Aber es ist immer dein Let's Play. Du musst reden. Nicht ich. Ja. Mist. Der ganze Druck ist auf dir. Schön. Doch steck dir eine Banane in dein Ohr. Wer weiß von wo das ist. Der kriegt einen... Okay, wenn ich jetzt sag, der kriegt einen Keks, dann will jemand auch einen Keks. Das stimmt. Der wird von mir höchstpersönlich angeschrieben. Schrieben Keks. Also kriegt einen virtuellen Keks. Cool. Ja. Cool. Cool. Cool.